Diese Mercedes 190E kostete 1989 rund 106.000 DM. Und das aus gutem Grund, denn das hier ist kein Serien-W201, sondern der Evolution 1 mit AMG Powerpack. Und für dieses Stange Geld wurde man in 7,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 236 kmh und es gab ein 5-Gang-Sportgetriebe. Denn AMG verpasste dem 16-Vertil Cosworth-Motor rund 30 PS mehr Leistung. Und für mehr über Mercedes macht das Plus weg.